Willkommen zu einer weiteren Frage-Antwort-Runde. Ich bin's wieder, Alex, und für euch am Start und ich freue mich, dass ihr auch eingeschaltet habt und dabei seid. Ja, es wurden wieder fleißig Fragen gestellt und natürlich möchte ich darauf eingehen, insbesondere auf das Video der neuen GPS-Air-Verordnung, die ja zum 13. Dezember dieses Jahres in Kraft tritt. Und da war ich echt baff, wie viele Kommentare mich erreicht haben. Und zwar wurde das Video mittlerweile über 6000 Mal geschaut und fast 200 Kommentare sind darunter entstanden. Viele ärgern sich über das Thema, viele sind stinksauer und sagen, das geht nicht mehr. Die EU macht, was sie will und macht uns hier den Händlern das Leben schwer. Und andere fragen natürlich, wie kann ich das lösen? Wie kann ich weiter verkaufen? Und das ist auch die richtige Einstellung zu dem Thema. Ärgern bringt nichts und die Energie zum Ärgern verwendet sie lieber für dafür, eure Angebote so einzurichten und alles in die Wege zu leiten, so dass ihr weiterhin verkaufen könnt, dass ihr weiterhin als Händler tätig sein könnt auf den Marktplätzen Amazon und Ebay. Und genau darum geht es hier auf diesem Kanal. Falls du neu dabei bist und dich interessieren solche Themen, dann abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke und so verpasst du auch keine weiteren Videos mehr und News. Und gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben, falls dir dieses Format gefällt. Lass uns starten und beginnen möchte ich natürlich mit dem Thema Produktsicherheitsverordnung, GPS-Air. Und hier sind die meisten Fragen angefallen, die euch natürlich sehr interessieren. Und ich kann nicht auf jede Frage eingehen und seid mir nicht böse, dass ich auch nicht jede Frage beantworten kann. Viele Fragen wiederholen sich und sind im Grunde genommen die gleichen. Lest euch die Kommentare von den anderen Kommentaren. So könnt ihr dementsprechend eine Antwort auf eure Fragen bekommen. Falls ihr das Video zur Produktsicherheitsverordnung noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an. Es betrifft so gut wie alle Händler auf den Marktplätzen, aber auch Online-Shops und generell auf dem deutschen und europäischen Markt. Ich packe euch das unten in der Videobeschreibung. So könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Auch bitte ich euch weiter fleißig zu kommentieren und Fragen zu stellen, auf die ich reagieren möchte, aber in einem weiteren Video. Denn auch ich habe nicht auf alle Fragen eine Antwort parat, zumal ich in diesem Thema gar nicht so tief bin. Ich habe mich auch nur so informiert, wie ihr euch auch informieren könnt. Und dementsprechend möchte ich hier einen Termin vereinbaren mit einem Anwalt, der dieses Thema speziell tiefgründig beantwortet und sich damit befasst. Also eure Fragen gehen an einen Experten, der mir diese versucht zu beantworten. Und dann werde ich daraus ein umfangreiches Video machen, um eure Fragen zu beantworten. Deshalb gerne unter diesem Video kommentieren und Fragen stellen, aber auch unter dem Video Produktsicherheitsverordnung. Was ich euch unten verlinke. Beginnen wir mal hier mit der ersten Frage. Und zwar fragt mich hier ein Zuschauer, hey, was mache ich denn, wenn ich einen markenlosen Artikel habe? Ich habe zum Beispiel einen Messingkerzenleuchter aus den 50ern. Ohne Hersteller darf ich diesen dann nicht mehr verkaufen? Danke für die Antwort. Doch, natürlich kannst du diesen verkaufen, auch nach dem 13.12. Es ist nämlich so, dass das vielleicht schon sogar in die Auswahl der Produkte gilt, wo das Ganze nicht mehr greift. Das Gesetz, das heißt irgendwelche antiken Dinge. Ich weiß jetzt nicht, ob das unter antike Schulden gilt. Aber ein Kerzenleuchter, da kann man nicht viel daran verändern, beziehungsweise wenn es das Etikett nicht mehr gibt. Und das ist zum Beispiel auch ein Gebrauchtwarenartikel, wozu wir gleich nochmal kommen. Dann wird das sicherlich auch weiterhin zu verkaufen sein. Generell zu sagen ist bei der Produktsicherheitsverordnung, die meisten, die da große und herausfordernde Auflagen bekommen, sind die Hersteller. Wenn ihr Hersteller seid, dann müsst ihr euch an viele Dinge natürlich jetzt halten, die aber auch vorher schon Bestand hatten. Es wird natürlich ein bisschen verschärft, das Gesetz, und ein bisschen mehr Auflagen kommen dazu. Aber im Großen und Ganzen wird das soweit bleiben. Was jetzt dazu kommt, und vor allem für euch Händler, ist natürlich auch die Angebotsbeschreibung, dass ihr das Ganze mit den Warnhinweisen, die auf der Verpackung zu sehen sind, auch durch euch präsentiert wird, schon in der Angebotsbeschreibung. Ich blende euch hier mal zum Beispiel hier was ein. Guckt mal hier. Hier gibt es verschiedene Zeichen und irgendwelche Zertifizierungen. Und hier, das muss schon in der Angebotsbeschreibung zu erkennen sein, wie zum Beispiel auch solche Sachen wie nicht für Kinder geeignet unter drei Jahren. Auch das muss zum Beispiel schon gezeichnet sein oder dass man dieses Produkt nicht in die Mülltöne werfen darf, in den normalen Hausmüll nicht gelangen darf und vieles mehr. Im Idealfall macht ihr einfach ein Produktfoto von der Rückseite des Produktes und bildet das bei den Bildern, Anzeigebildern mit an. So seid ihr großteils auf der sicheren Seite, aber auch in der Produktangebotsbeschreibung sollte das umfangreich geschildert werden. Was dazu kommt, ist natürlich auch die verantwortliche Person mit Sitz in der EU, die ihr beachten solltet. Deshalb, auch hier als Händler müsst ihr schauen, wer ist die verantwortliche Person in der EU. Meistens steht diese auch mit auf der Verpackung drauf und diese solltet ihr dann mit bei der Produktangebotsbeschreibung ausführen. Amazon macht das zum Beispiel für jedes Produkt separat, beziehungsweise für jede Marke. So habt ihr sicherlich schon mal eine Kontaktaufnahme bekommen und solltet das machen, ich werde das in einem weiteren Video euch auch zeigen, wie genau ihr das auf den Marktplätzen, aber auch im Onlineshop umsetzen könnt, um hier auf der sicheren Seite zu sein. Gehen wir mal zu der nächsten Frage und zwar fragt ihr den Zuschauer, wie funktioniert das Ganze, wenn man mit Gebrauchtware, zum Beispiel Retouren handelt und wenn diese nach dem 12.24 produziert sind. Ja, auch hier wie gesagt ganz normal, auch alle Warnhinweise und die verantwortliche Person muss weiterhin angegeben sein und selbstverständlich kannst du dann mit Gebrauchtwaren weiterhin handeln. Es sei denn, die Gebrauchtwaren haben, es gibt teilweise auch Ausnahmen dafür. Und zwar, wenn es irgendwelche Reparatur- oder wiederaufbereitete Produkte sind, die dann als verkauft werden oder Sammelstücke mit historischer Bedeutung sind, die könnt ihr dann dementsprechend auch so verkaufen, ohne großteils irgendwelche Auflagen erfüllen zu müssen. Jetzt habe ich aber noch eine Aussage, keine Frage, sondern eine Aussage mit Beispielen von einem Zuschauer bekommen. Der schreibt hier nämlich, schaut euch das mal an. Gebrauchte Produkte, die ab dem 13.12. erneut in den Verkehr gebracht wurden, müssen auch eine Sicherheitsanalyse bekommen. Man hat als Gebrauchthändler fast genau die gleichen Pflichten wie Neuwareherstellung. Grund dafür ist, durch den Altersprozess der Ware oder der vorherigen Nutzung können weitere Risiken entstanden sein. Abnutzung, Verschleiß, was zu vorzeitigen Defekten führt. Ebenso können falsche Bauteile verbaut sein, die von außen weder sichtbar oder schwer zu sehen sind. Als Beispiel gebrauchte Kleidung, Risiko, Allergien durch Waschmittelrückstände in der Kleidung, gebrauchtes Auto, polierte Scheinwerfer, unzulässig, reparierte Reifen mit unzulässigem Flickzeug. Falsches Bauteil am Kfz, fehlende E-Nummer, zum Beispiel Holztisch, vom Vorbesitzer lackierte, gestrichener Tisch, Veränderung des ursprünglichen Produktes, Neurisiken bei der späteren Entsorgung aufgrund neuer Farbe. Also, hier vielen Dank dafür, falls du hier zuschaust, sehr umfangreich beschrieben mit Beispielen, die uns helfen könnten, das zu verstehen. Er hat irgendwo natürlich recht, ob das Gesetz jetzt das genau so tief betrachtet, würde ich in Zweifel stellen. Also, ich würde, wie gesagt, das Ganze mal mit einem Anwalt besprechen und schauen, was genau betrifft es uns, wie genau werden wir hier wirklich in die Pflicht genommen, uns an diese Auflagen und Produktsicherheiten zu halten. Ob es, wie hier beschrieben, für Gebrauchtwaren so ins Detail und so tiefgründig beurteilt wird und analysiert wird, das wage ich zu bezweifeln, denn dann würde es hier einen Kollaps geben. Denn dann würde hier kein Gebrauchtwarenhändler mehr irgendwelche Waren anbieten können, weil man ja für jedes gebrauchte Produkt eine separate Analyse braucht. Deshalb habt hier keine Angst, ihr dürft weiterhin Gebrauchtware anbieten, natürlich auch gewerblich und müsst euch bestimmt nicht, also ich sage bestimmt nicht, in Anführungsstrichen, da an diese ganzen Dinge halten. Aber, wie gesagt, gerne eure Kommentare, was ihr dazu denkt oder ob ihr schon bestimmt mit irgendwelchen Anwälten das ganze Thema besprochen habt und hier vielleicht schon schlauer seid als ich oder die Zuschauer. So, kommen wir noch mal zu anderen Fragen, die nichts mit der Produktsicherheitsverordnung zu tun haben. Und zwar fragt hier ein Zuschauer, hey, ich habe die Buybox leider noch nicht bekommen. Die ersten Bewertungen werden ab morgen eintreffen. Mir wurde vorgeschlagen, die automatische Preisanpassung zu aktivieren, um meine Chance auf Buybox zu erhöhen. Buybox ist übrigens hier der rechte Kasten bei Amazon, wenn man da als Verkäufer ganz oben in der Buybox positioniert ist und nicht darunter gelistet ist. Denn dann hat man natürlich die höchste Chance auf den Verkauf. Was ist dein Tipp, fragt der Zuschauer. Ich möchte in der Honeymoon-Phase nicht zu viel am Preis verändern, um den Algorithmus nicht negativ zu beeinflussen. Denkst du, eine solide automatische Preisanpassung wäre eher vorteilhaft für den Algorithmus? Ja, tatsächlich. Also ich habe mit der automatischen Preisanpassung hier gute Erfahrungen machen können. Vor allem bei Amazon ist es ja möglich, das einzustellen. Und hier wird der günstigere Anbieter dementsprechend mit einem günstigeren Angebot von dir überboten oder unterboten in dem Falle. Und so gelangst du meistens in die Buybox und hast eine höhere Wahrscheinlichkeit zu verkaufen, dein Produkt zu verkaufen. Deshalb empfehle ich dir und jedem anderen, der das Ganze hier sich auch fragt, wie man hier die Möglichkeit hat, besser zu verkaufen, eine automatische Preiseinpassung festzustellen und einzustellen, was euch auch viel Arbeit erspart, falls ihr viele Produkte anbietet und die auch andere Händler anbieten im Listing. So würdet ihr immer den besten Preis anbieten. Natürlich kalkuliert für euch, was ist euer Limit, wie weit könnt ihr runtergehen, um nicht hier im Minus zu verkaufen. Gut, kommen wir zur letzten Frage für das heutige Video. Und zwar schreibt hier ein Zuschauer, hey, hast du Tipps, hab einen neuen Account aufgemacht, Nullbewertungen. Da sind die Verkäufer zögerlich, äh, die Käufer zögerlich. Es geht hier um den Ebay Account, um den Ebay Marktplatz. Ja, ich habe dem Zuschauer schon bereits geantwortet. Und, äh, und zwar ist es nämlich so, natürlich bei Nullbewertungen ist bei Ebay schwierig. Da gucken die Kunden natürlich zweimal hin und gucken, hm, okay, er hat vielleicht, äh, gar keine Bewertung oder erst vielleicht paar Bewertungen. Und, ähm, vielleicht 100% ist auch gut, aber wenn dann auch vielleicht noch eine negative Malbewertung entstanden ist, ist es natürlich ganz schön blöd. Ähm, äh, blöd gelaufen würde ich sagen, aber in der Regel ist es gut, einige Bewertungen schon bereits zu haben. Deshalb empfehle ich vielen, die bei Ebay verkaufen möchten und bereits einen privaten Account hatten, diesen umzustellen auf einen gewerblichen. So habt ihr schon mal, ähm, Bewertungen von Käufern und Verkäufern, ähm, die ihr dann vorweisen könnt für eure Verkäufe. Wenn ihr aber jetzt noch gar keinen Account hattet oder wollt das Ganze trennen vom Privat ins Gewerbliche, dann empfehle ich euch kleine Produkte, ähm, ja, muss man natürlich gucken, dass man diese irgendwie einkauft. Und, äh, also ganz simple Produkte mit einem geringen Warenwert anzubieten, ähm, um hier Bewertungen zu sammeln, ja. Ja, und fragt auch, äh, immer wieder nach, nach Bewertungen. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, schaust dir gerne unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infobox an, wie ihr, ähm, mehr Bewertungen bekommen könnt von, äh, Käufern, ähm, wie ihr diese kontaktieren könnt, um hier nach einer Bewertung zu bitten. Und, äh, ja, dann sammelt ihr auf jeden Fall einige Bewertungen und könnt so auf jeden Fall besser verkaufen, um hier bei Ebay auch ein besseres Bild von eurem Profil und Verkaufskanal zu haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, falls ihr noch Fragen habt, gerne die Kommentarfunktion nutzen, ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video dabei sind und wünsche euch weiterhin viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Ciao.